Willkommen hier im Archiv- und Studienzentrum des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt am Main, dem Fassbinder-Center. Das Fassbinder-Center hat rund 1000 Quadratmeter Fläche mit Büros, Archivräumen, Vorbereitungsbereichen und einem großen Lesesaal und Veranstaltungssaal. Das Fassbinder-Center hier an der Echersheimer Landstraße in der Nähe der Universität ist seit Mai 2019 geöffnet. Wir bieten hier in den Räumlichkeiten die Möglichkeit, in den Sammlungen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu recherchieren. Für Studierende, Publizisten, Kuratoren, Rinnen und Kuratoren, Wissenschaftler. Wir beraten für Promotionsarbeiten, Masterarbeiten oder eben auch Kolleginnen und Kollegen, die eine Ausstellung vorbereiten, um Exponate aus unseren Sammlungen auszuwählen und zur Verfügung zu stellen.